Die Bundesgesellschaft für Entlagerung von Atommüll hat einen Zwischenbericht abgeliefert. Und hat für einen echten Schock gesorgt. In vielen Bundesländern. Auch in Bayern. Warum eigentlich? Ich weiß, niemand will ein Endlager haben. Niemand. Das kann man ja auch verstehen. Deswegen dauert es ja auch so lange, schon so Ewigkeiten, dass wir uns darüber Gedanken machen, wohin wir dem ganzen Atomahn müssen. Ich will gar nicht anfangen damit, was für Fehler gemacht worden sind bei der Verwendung der Kernenergie in Deutschland. Will ich gar nicht für einen Anfang. Nein, ich möchte über etwas Positives sprechen. Gerade in diesen Zeiten. Wir wollen etwas Positives. Das Positive ist nämlich ein Endlagerkonzept mit, Achtung, Rückholoptionen. Ja. Also das heißt, das wissen die wenigsten. Man könnte sich ein Endlager vorstellen, wo man das Material, vielleicht nach, möglicherweise erst noch ein paar Tausend Jahren, wieder an die Oberfläche holt, um es neu zu verarbeiten. Also mit relativ geringem Aufwand übrigens. Aber dazu wäre es natürlich notwendig, die ganze Zeit diesen Standortendlager zu betreiben, ihn zu überwachen, zu kontrollieren und so weiter. Und ich glaube, dass das für jedes Bundesland, das auf dieser Karte irgendwie farblich markiert ist, weil das sind die Bereiche, in denen jetzt der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung angibt, hier könnte im Prinzip ein Endlager sein, dass jedes Bundesland, das hier irgendwie verzeichnet ist, sich darum bewerben sollte, ein solches Endlager auf sein Gebiet zu holen. Und das wäre ein Riesengewinn, auch für Bayern. Warum ich so auf Bayern rumhacke? Naja, in Bayern ist traditionell eigentlich ein positives Verhältnis zur Kernenergie. Ja. Wir haben hier den ersten Forschungsreaktor gehabt in den 50er Jahren. Die meisten Kernreaktoren sind hier gelaufen. Sieben. Bayern hat den meisten radioaktiven Müll produziert in Deutschland. Und den ersten Atomminister. Also Bayern stand traditionell immer positiv der Kernenergie gegenüber und sollte eigentlich auch dem Müll gegenüberstehen, den diese Kraftwerke produziert haben. Also, und Bayern ist ja flächenmäßig auch ziemlich gut vertreten. Dank kristallinem Wirtsgestein, beziehungsweise dem prätertiären Tongestein an der Grenze zu Baden-Württemberg. Also wir haben genügend Fläche in Bayern. Dann ist das doch eigentlich der ideale Platz, um hier auch ein Endlager zu errichten. Die ganze Argumentation, die jetzt kommt, die gilt eigentlich für jedes Bundesland. Weil es geht um die Frage, was für eine Art von Endlager wollen wir denn da eigentlich haben? Eines nach dem Motto, alles rein, klappe zu und tot? Oder wollen wir ein Endlager haben, wo man möglicherweise Fehler, die gemacht worden sind, korrigieren kann? Ich meine, das Argument ist doch ungefähr so. Das ist ja jetzt das erste Endlager, was wir in Deutschland errichten werden. Und das gleich für eine Million Jahre. Also so lange ungefähr muss man da denken. Also das erste Endlager, wenn man jetzt mal zurückdenkt, die erste Rakete, die gebaut worden ist, würde man da gleich Astronauten reinsetzen und sagen, Jungs, wir haben mal eine Rakete gebaut und jetzt. Ich meine, immer das allererste ist ja nicht unbedingt auch gleich das allerbeste. Also mit anderen Worten, es gibt Optimierungsmöglichkeiten. Man kann Dinge verbessern. Aber wenn man einfach alles zu macht, also alles rein, klappe zu und tot, dann ist natürlich mit Verbesserungsmöglichkeiten, ist dann gar nichts mehr drin. Was könnte denn passieren? Also bei der finalen Variante des Endlagers, also Ende im Sinne von Ende, wirklich, Aus, Schluss. Na, könnte zum Beispiel passieren, dass wir uns für den falschen Ort entschieden haben. Dass eben Brüche im Gestein auftauchen oder irgendwas anderes, was man bis jetzt nicht auf der Liste hatte. Dann müsste man das Zeug ja nicht wieder rausholen und es woanders unterbringen. Also, da könnte ein Fehler sein, den wir zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dafür entschieden haben, nicht gekannt haben. Jetzt haben wir aber keine Option, mehr das Zeug da raus zu holen. Oder hier, bei der Verpackung könnte ein Fehler passiert sein. Auf einmal stellen wir fest, Mensch, die Dinger sind gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Also auch Potenzial zur Verbesserung. Oder, und das können wir natürlich gar nicht ausschließen, zukünftige Generationen haben völlig vergessen, dass da ein Endlager ist. Und stoßen dann irgendwann auf solche komischen Gänge mit solchen komischen Behältern. Und wissen schon lange nicht mehr, was ein Geiger-Müller-Zählrohr ist, mit dem man die radioaktive Dosis zum Beispiel messen kann. Und gar keine Ahnung mehr davon. Ist das vernünftig? Oder wäre es nicht vielleicht viel, viel besser, sich ein Endlager zu überlegen, wo das Ende sozusagen offen ist? Also, ein offenes Endlager. Ein Endlager in dem Sinne, dass wir an den radioaktiven Abfall, der dort unten liegt, und der ja auf jeden Fall dort unten liegen wird, es geht ja kein Weg dran vorbei, dass man vielleicht mit dem noch was Positives anfangen kann. Aber vor allen Dingen auch, dass die zukünftigen Generationen die Option haben, also die Möglichkeit, mit diesem Endlager, mit dem Material, was in diesem Endlager steckt, noch etwas anzufangen. Stichwort korrigieren. Erkennen, da ist ein Fehler gemacht worden, den Fehler korrigieren. Möglichkeit der neuen Steuerung, dass zum Beispiel durch neue Verfahren, die jetzt an der, also die dann in der Zukunft entwickelt worden sind, dass diese neuen Verfahren es möglich machen, das radioaktive Material, das da in der Erde steckt, also was wir dann ins Endlager reingetan haben, wieder hochzuholen, zu verändern und damit vor allen Dingen etwas zu machen, was für, glaube ich, zukünftige Generationen ganz, ganz wichtig wird, den Zeithorizont verkürzen. Überlegt euch mal, von welchem Zeithorizont wir hier sprechen. Dieses Zeugs, was wir dort unten lagern, hat teilweise Halbwertszeiten von 24.000 Jahren. Plutonium, ja, zum Beispiel. Wir müssen also für sehr, sehr, sehr lange Zeiten, für in der Menschheitsgeschichte über-, also übermenschlich, eigentlich unmenschlich lange Zeiten, dafür sorgen, dass das Risiko für zukünftige Generationen so niedrig ist, wie es nur geht. Um entsprechende Möglichkeiten zu haben, zu reagieren auf eine Zukunft, von der wir per Definition nie wissen, wie sie sein wird, müssen wir die Optionen offen halten. Das ist meine Haltung als Naturwissenschaftler. Weil als Naturwissenschaftler bin ich, das ist eine philosophische Position, ein kritischer Rationalist. Der kritische Rationalismus geht zurück auf einen Philosophen mit dem Namen Karl Popper und der hat das so schön beschrieben, alle empirischen Hypothesen, also Hypothesen, die die Welt in der Wirklichkeit betreffen, müssen an der Erfahrung scheitern können. Das war für ihn ganz wichtig, dass man nämlich überprüfen können muss, ob eine Hypothese richtig ist oder nicht. Nicht, ob sie wahr ist, sondern nur, ob sie richtig ist. Also rauszufinden, ob etwas falsch ist. Das war für Karl Popper das Zentrum der naturwissenschaftlichen, also der empirischen Wissenschaften. A und O. Das heißt, eine Hypothese muss immer ein Prognosepotenzial besitzen, also eine Vorhersagekraft. Und mit dieser Vorhersagekraft kann man ein Experiment machen und wenn das Experiment die Prognose, die Vorhersage bestätigt, jawohl, wenn nicht, dann ist die Prognose falsch. Das heißt, es gibt immer einen Dritten im Dialog von, ich meine das, ich meine das, gibt es einen Dritten, nämlich das Experiment und das Experiment entscheidet. Das ist die Guillotine. Das ist die schärfste Form der Kritik. Das heißt, in diesem Sinne ist alles, was wir in den Naturwissenschaften gemacht haben, die Überprüfung von Hypothesen und deren Vorhersagen. Und je genauer wir die bestätigt finden, umso näher kommen wir gewissermaßen an die Wahrheit heran. Gerade beim Thema Kernphysik haben wir unglaublich viel verstanden. Wir können Kerne spalten, das ist das, was wir in den Kernkraftwerken gemacht haben. Sogar in besonders militärischer Form, also in Atombomben können wir Kerne spalten. Wir können aber in Zukunft vielleicht in Kraftwerken auch kleine Atomkerne miteinander verschmelzen. Das wäre eine Kernfusion. In der Bombe haben wir das schon gemacht, in der Wasserstoffbombe. Also in der militärischen Variante sind wir meistens viel schneller als in der zivilen. Also wir wissen genau, wovon die Rede ist. Wir wissen, wie man diese Atomkerne manipulieren und wie man die Energie, die dort frei wird, auch nutzen kann. Gut. Das ist der physikalische grundlegende Ausgangspunkt. Das heißt, hier sind wir kaum noch auf einem Irrtumsfeld. Die ganze kernphysikalische Forschung ist inzwischen so sicher, dass wir eben daraus Technologie gemacht haben. Das merkt man immer. Wenn also Grundlagenforschung richtig bestätigt und bestätigt und bestätigt und bestätigt wird, dann beginnt sie auch technisch relevant zu werden. Weil in der Technik werden fast immer nur, ja eigentlich immer nur, solche Prozesse verwendet, die sich exakt wiederholen lassen, vorhersagbar wiederholen lassen. Das ist Technologie. Wir haben eine Funktionsvermutung, die wir aus den Naturgesetzen ableiten, bauen eine Maschine, in der ein Vorgang exakt wiederkehrend passiert. Das heißt, immer dann, wenn wir eine Technologie besitzen, dann haben wir praktisch das aus der Grundlagenforschung abgeleitet, sodass das ganze Thema Endlager, was die Grundlagenforschung betrifft, momentan eigentlich ziemlich abgefrühstückt ist. Wir wissen, wie die Atomkerne sich verhalten. Aber was wir nicht wissen ist, ob es Technologien gibt, die es uns in Zukunft möglich machen, mit den Isotopen noch was anderes anzustellen, nämlich diese langsam zerfallenden Abfälle, deswegen diese große Zeitskala, in kurzzeitig zerfallende Abfälle zu verwandeln. Das nennt man Transmutation. Das ist praktisch ein angewandtes Gebiet der Kernphysik, um herauszufinden, was kann man mit solchen Abfällen, die ja überall auf der Welt anfallen, was kann man mit denen tun. Das heißt, eine Option zu haben, das Material wieder herauszuholen, wäre vielleicht sogar der Anstoß, weiter an der Transmutation zu arbeiten, weil auf diese Weise könnte man zukünftigen Generationen womöglich große Kosten ersparen. Was wir hier machen können, in Deutschland, in Bayern, in jedem Bundesland, das geologisch dafür geeignet ist, wäre einfach Forschung für die Zukunft. Und nicht nur jetzt diese Forschungsoption zu halten, sondern auch in Zukunft diese Forschungsoption zu halten. Wir müssen ja vor allen Dingen eines sehen, jetzt auch nochmal an die ganzen Kernkraftkritiker der letzten Jahrzehnte, die ja zum Beispiel gegen Gorleben gekämpft haben. Ihr hattet ja offenbar recht. Denn auf der Karte der Bundesgesellschaft für Entlagerung taucht Gorleben nicht mehr auf. Das hat aber damit zu tun, ihr hattet vor allen Dingen deshalb recht, weil die Entscheidung, die damals getroffen wurde, das war keine geologische, naturwissenschaftlich begründete oder ethische Entscheidung, sondern war vor allen Dingen eine politische Entscheidung. So nah wie möglich an die Kommunisten ran. Gorleben ist von drei Seiten von der Grenze zur ehemaligen DDR umschlossen. Deswegen war das da. Und ihr habt natürlich recht gehabt, euch dagegen zu wehren. Aber, liebe Freunde, wir müssen irgendwo hin mit dem Müll. Da hilft nichts. Gar nichts. Wir haben den Müll produziert und wir müssen nun damit klarkommen, wir müssen das irgendwie unter die Erde bringen. Aber wir müssen es nicht so machen, dass wir den zukünftigen Generationen damit die Option nehmen, damit nicht noch vielleicht was Sinnvolles anstellen zu können. Vor allen Dingen die Fehler, die wir da auch bei dieser Entlagerung möglicherweise machen, nicht noch korrigieren zu können. Das heißt, was wir brauchen, ist eine transparente Darlegung von dem, was in einem solchen Standort für hochradioaktive Abfälle tatsächlich gemacht wird. Um A, den Menschen vor Ort zu erklären, hört mal, wir haben auch kein Interesse daran, euch zu vergiften, darum geht es überhaupt nicht. Sondern wir haben ein Interesse daran, dass dieses Land mit den Schäden, die es angerichtet hat, verantwortungsvoll umgeht. Das muss unser Ziel sein. Und das Endlager mit Rückholoptionen würde bedeuten, wir haben einen Standort, den wir betreiben. Der Betrieb eines Standorts, der von allen Bundesländern natürlich finanziert, vom Bund finanziert, von allen Bundesländern finanziert, in einem Bundesland stattfindet. Und in diesem Zentrum würde eben nicht nur ein vorläufiges Endlager sein, mit der Option, wieder was rausholen zu können, sondern zugleich eine Bildungseinrichtung, also eine Universität, eine Hochschule, die dafür sorgt, dass eben für die nächsten Generationen immer wieder aufs Neue Männer und Frauen ausgebildet werden, um Kerntechnik zu beherrschen, damit einfach dieser Standort mit dem Lager gut betrieben werden kann. Wäre das nicht eine Maßnahme? Wir müssen, um ein zweites Gorleben zu verhindern, die Standortsuche in etwas Positives verwandeln. Geldfluss in die Region, Aufbau von Infrastruktur, Arbeitsplätze und vor allen Dingen Ausbildungsplätze für junge Leute. Also wirklich das große Quartett, was man hier aufmachen könnte, was alles damit verbunden wäre, wenn wir ein Endlager hätten, das kein Endlager ist, sondern ein Standort, den wir betreiben, mit der Option, das Material unten wieder rauszuholen. Das würde bedeuten, dass aus diesem, wie soll ich sagen, miesen Thema Endlager auf einmal eine richtig interessante Sache wird. Ich stelle mir vor, wie in gar nicht so ferner Zukunft eine Ministerpräsidentin oder ein Ministerpräsident einen Standort eröffnet, in dem es darum geht, sich der großen Aufgabe der Lagerung von hochradioaktiven Abfällen zu stellen, und zwar für sehr, sehr lange Zeiträume, wo Menschen ausgebildet werden in Kerntechnik und Kernphysik, vielleicht sogar in der Ethik der Technik, nämlich wie gehen wir mit Technologien um, vielleicht lernen wir aus der Verwendung der Kernenergie viel mehr als nur, wie wir mit Kernenergie umgehen, sondern wie wir überhaupt mit technischen Risiken umgehen, das wäre eine großartige Sache. Und zugleich natürlich auch sehe ich im Auditorium all die anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, alle anderen Bundesländer, die sich ärgern darüber, dass der Standort nicht bei ihnen eröffnet worden ist.